Das war's für heute. Achtung! Die Schöpfe sind in der Mitte Zeit. Die Hörner stellen unverwundbarkeit. 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 Achtung! Regeneration. Sie sind die Vergeltung des Imperators. Zerstören Sie die Geschütze. Regeneration. Dreifachschuss. Rücken Sie die Wappen unter und zum Hauptandockbereich vor. Fragmentgranaten. Regeneration. Zerstören Sie die Kraftfeldkupplungen, damit die Minenlegers der Vernichtung anheimfallen. Energieschild. 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 Regeneration. Schnellschuss. ... ... ... ... Rechtschaffende Wildheit. Fragmentgranaten. Fragmentgranaten. Fände in Schoßen. Regeneration. Fragmentgranaten. 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 Wasp! Schuss! Oh, 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 oh! Oh, oh! Regeneration. 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 Schnellschuss. Das sollte es gewesen sein für die Minenlegers. Jetzt die Munition zum Kampfmittellager vorrücken. Die Munition zum Kampfmittellager vorrücken. Die Munition zum Kampfmittellager vorrücken. Tragmentgranaten. Die Munition zum Kampfmittellager vorrücken. 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 出來 zureastod 지금 von rück домой. Diese. Redaktion. Das war's für heute. Die Truppe in der Bühneheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beheilen Sie sich zum Teleporter zu kommen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Eine Generation. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Seien Sie furchtlos. Vorwärts. Sie wurden ins Innere des Teleporter-Komplexes des Kreuzers transportiert. Die Sensoren lassen vermuten, dass der Bereich schon eine ganze Weile von Tyranniden verseucht ist. Die Orks haben wohl die Schlacht gegen die Tyraniden verloren und diesen Teil des Schiffels abgeriegelt. Sie müssen einen Weg hinausführen. Der Imperator ist mit Ihnen. Auf diesen Lastenaufzug. Untertitelung. 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 BR 2018 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 Die Energieversorgung ist unterbrochen. Halten Sie die Stellung. Machen Sie sich für einen Angriff der Tyraniden bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Die Energieversorgung ist unterbrochen. Halten Sie die Stellung. Machen Sie sich für einen Angriff der Tyraniden bereit. Die Energieversorgung ist unterbrochen. 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 Dieser festsitzende Lastenheber bietet einen sicheren Weg weg von diesem schrecklichen Ort. Wir brauchen nur eine Energiezelle. Durchsuchen Sie die Teleporterkammern und finden Sie die Energiezelle. Die Energieversorgung ist unterbrochen. Bereit machen zum Kampf für den Imperator. Die Energieversorgung ist unterbrochen. Die Energieversorgung ist unterbrochen. Dieser Teleporter ist mit Kampfmitteln der Orks gefüllt. Wir vermuten, dass der Kreuzer sich auf eine planetare Invasion vorbereitet. Je mehr Sie vernichten, desto weniger können Sie gegen die Fabrikwelt einsetzen. Die Energieversorgung ist unterbrochen. Die Energieversorgung ist unterbrochen. Schnellschuss. Die Energieversorgung ist unterbrochen. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Geht ihr, George? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr gut, fahren Sie jetzt mit der Suche nach der Energiezelle für den Aufzug fort Regeneration Ein Carnifex, meiden Sie direkt im Kontakt, halten Sie am Stand, benutzen Sie fernen Kampfwaffen, um sein Fortkommen zu behindern und mit der Energiezelle, mit der Energiezelle, untertitelung des ZDF, 2020 mit der Energiezelle, untertitelung des ZDF, 2020 Ein Carnifex. Meiden Sie direkten Kontakt. Halten Sie am Start. Benutzen Sie Fernkampfwaffen, um sein Fortkommen zu behindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Carnifex. Meiden Sie direkten Kontakt. Halten Sie am Start. Benutzen Sie Fernkampfwaffen, um sein Fortkommen zu behindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Keine Furcht vor dem Bösen. Keine Furcht vor dem Tod. Regeneration. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 um sein Fortkommen zu behindern. Die Schreiber werden mit dem Schreiber werden. Keine Furcht vor dem Bösen. Keine Furcht vor dem Tod. Regeneration. Dirk gots. ICKEY Bösen Imperator, steh uns bei. Sie wurden zur Vorkammer zurück teleportiert. Ein kleiner Rückschlag. Setzen Sie die Suche nach der Energiezeile fort. Sie standen im Drone von Bito. Die Sch contributions zur Vorkammerung von Bito. Sie sind weg. Sie sind in die Schufenflügel. Das war's. Der Weisaufschuss. Regeneration. 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 Beats. Regeneration. Regeneration. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zerstören Sie diese instabile Teleporter-Plattform. Bringen Sie Sprengladungen an den Ankerketten an und begeben Sie sich in sichere Entfernung, bevor Sie die Ladung entzünden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kehren Sie zur Teleporter-Vorkammer zurück. Passen Sie auf instabile Plattformen auf. Passen Sie Sprengladungen an mit der Hand, die sich in den Ankerketten anbietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bekämpfen Sie ihn von Angesicht zu Angesicht. Regeneration. Warten Sie das Feuer auf die Super-Gin-Rinners, während Sie abkühlen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Squadable death, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Vibleistcheゴ đ Die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Rücken Sie vor und schließen Sie Ihre Einsatzkraft. Stehlen der Stern unverbundbarkeit. Vorwärts. Geil der Stern unverbundbarkeit. 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 Vorwärts. Ziehen Sie auf die doppelläufige Kettlergast und zerstören Sie sie. Verwärts. Gehen Sie eine höhere Stellung ein und zerstören Sie die Super-Gettler-Gun. Gut gemacht. Jetzt zurück zum Zentrum und den Warboss ins Vizier nehmen. Töten Sie. Gehen Sie, Gehen Sie, Gehen Sie? Das war's. Die Sprecherin! Hahahaha! Hahahaha! Sicherheitsabstand einhalten! Bones away! Bones away! Bones away! Bones away! Bones away! Reck generation! Zielen Sie auf die Todeskanone. Nur noch eine Waffe übrig. Zielen Sie auf den Weg. Die Wurzeln, die Wurzeln! Achtung! Special present for ya! Ihr Stammfahrt eine ganz montierte Todeskanone. Meiden Sie den Beschuss! Rechtschaffene Wildheit! Rekene Ratio! Rekene Ratio! Rekene Ratio! Das war's. Ziehen Sie auf die Hochspannungsstückssäulen. Das war's. 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 Spannungsgericht und Freizeit! Fragment-Kratter! Stehlande sterben unter uns anhalten! Ich bin der Fall. Der Warboss ist tot. Ihr Einsatz abgeschlossen. Hängegen aller Wahrscheinlichkeit haben wir es geschafft. Wir müssen die Neuigkeiten über die Invasionspläne dieses Schiffes als Imperium übermitteln. Ich fürchte, dieser Kreuzer ist nur der Anfang eines viel größeren Kriegs. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020